Herzlich Willkommen zum Podcast Business Boulevard. Mein Name ist Tom Illauer, ich bin Diplombankbetriebswirt und wir starten in eine neue Woche. Es ist Montag. Ja, am Wochenende passiert ja meistens immer nicht so viel, aber wir starten. Und zwar, es geht mit Axel Springer los. Und zwar, Axel Springer investiert in ein Rocket Startup, nämlich in La Moody. Ja, was ist da los? Ja, der Medienunternehmen-Riese. Axel Springer investiert in die Immobilienplattform La Moody. Über die Höhe wurde auf beiden Seiten natürlich Stillschweigen vereinbart. La Moody wurde 2013 von Paul Philipp Herrmann und Kian Moini mit Rocket Internet gegründet. Und das ist halt ein globaler Marktplatz für Immobilien in Schwellenländern. Weitere Investoren sind uns zum Beispiel Asia Pacific Internet Group und Rocket Internet und Oredo. Ja, auch Holzbrink Ventures ist dabei, Tagelmann Ventures. Also alle Großen. Dann kommen wir einmal zu Instagram. Und zwar, Posts bleiben weiterhin deutlich unter reichen, weiten Stärken als Stories. Also, da gibt es einen schönen interessanten Artikel auf T3N. Und zwar gibt es eine neue aktuelle Untersuchung, die halt zeigt, dass klassische Instagram-Beiträge noch immer deutlich mehr Follower erreichen als Stories. Ja, und das wurde jetzt mal statistisch bewiesen. Instagram-Stories sind ja mittlerweile enorm populär. Aber, ja, welche Reichweite lässt sich halt im Vergleich zu normalen Instagram-Posts erreichen, das ist halt genau die Frage. Und das wurde jetzt mit dem Social Media Management Tool Fanpage Karma geprüft. Und das Ergebnis ist, die Reichweite von Stories liegt deutlich niedriger als die Post-Reichweite. Das heißt, um den Faktor 2 bis 3. Grundsätzlich sinkt mit der Anzahl der Follower auch die prozentuale Reichweite auf Instagram. Ja, und während Konten mit 500 oder weniger Followern in Schnitt 62% mit ihren Posts erreichen, sind es bei Konten mit 100.000 bis 200.000 Followern durchschnittlich nur noch 20%. Ja, und bei Stories liegen die Werte entsprechend niedriger. Kleinere Accounts mit bis zu 500 Follower erreichen demnach 23% mit ihren Stories. Populäre Instagram, ja, mit 100.000 bis 200.000 Followern nur noch 7%. Das heißt, trotz der geringen Reichweite haben Stories trotzdem ihre Vorteile. Schon allein deswegen, weil sie im Gegensatz zu Posts, ja, Links zum eigenen Webauftritt enthalten können. Und außerdem schließen sich Posts und Stories nicht gegenseitig aus. Gerade die Kombination der beiden macht halt, ja, für mich übel Sinn. Dann kommen wir zu Volkswagen und zwar VW will, ja, bis 2023 44 Milliarden Euro in E-Autos stecken. Eine unglaubliche Zahl, ja, der Volkswagen-Konzern stockt seine Investitionen in die Elektromobilität und Digitalisierung in den kommenden fünf Jahren auf knapp 44 Milliarden Euro auf. Das entspricht rund einem Drittel der Gesamtausgaben im Planungszeitraum 2019 bis 2023. Das teilte nun der Aufsichtsrat mit. Für die letzten fünf Jahresperiode 2018 bis 2020 hatte die Summe noch 34 Milliarden betragen. Ja, Volkswagen will einfach das Tempo für Innovation erhöhen. Man habe sich das Ziel gesetzt, das Innovationstempo zu erhöhen. Das sagte zumindest Herbert Diess, der neue Vorstandsvorsitzende. Ja, und man will halt stark in die Elektromobilbranche mit eingreifen. Das erste Modell soll auf VW im Frühjahr bis 2020 vom Band laufen. Ja, als Konkurrent ist ja das Model 3 von Tesla. Nur das VW, das deutlich günstiger anbieten will für 7.000 bis 8.000 Euro. Ja, ich bin gespannt. Tja, da jetzt noch mit anzufangen, während Tesla schon so weit ist, ist es meiner Meinung nach schon fast zu spät. Dann gab es einen coolen, interessanten Artikel auf Handelsblatt von Warren Buffett. Und zwar sind da nicht nur seine gesamten Investments enthalten, sondern auch die Statistika. Und ich wusste gar nicht, dass er in so viele große Banken investiert hat. In Coca-Cola, in McDonalds, in Mastercard. Also wem, jeden das interessiert, worin Warren Buffett, das ist ja zu viel zum Wiederholen. Aber der kann auf Handelsblatt mal gehen. Da sind die gesamten Chart- und Kursverläufe seiner 45 Investments enthalten. Da sieht man einfach mal auch sein unglaubliches Gespür für Kursentwicklung. Dann kommen wir zum Hightech-Gründerfonds. Ja, zufriedene Gesichter bei dem Manager des Hightech-Gründerfonds. Was ist da passiert? Und zwar haben die ihr Start-up, also Hightech-Gründerfonds ist ein Venture-Capitalist. Die haben jetzt verkauft und zwar Protected Networks an eine US-Gesellschaft SolarWinds. Und das ist ja eine Start-up-Schmiede, so ein Inkubator. Und das ist somit der hundertste Exit. Damit ist ein weiterer Meilenstein in der Geschichte erreicht. Das Hightech-Gründerfonds wurde ja 2005 gegründet. Und die Statistik ist einfach unglaublich. Insgesamt wurden bisher 517 Investments gemacht mit fast einer Milliarde, also 900 Millionen. Weitere 1,9 Milliarden Euro an externen Geldern wurden für die rund 1400 Folgefinanzierung hineingesteckt. Und deutlich positiv das Ganze. Ja, und dann als letzte Nachricht kommen wir zum Hyperloop von L.Mask. Und zwar Hamburg, Deutschland, plant ein Transportsystem, das Container mit 1200 Kilometer pro Stunde ins Umland transportiert. Die Hafengesellschaft setzt auf den von Tesla-Chef L.Mask erdachten Hyperloop. Ja, also es geht los, Freunde. Der Hyperloop ist ja auch von L.Mask gebaut. Ist ja eigentlich die Idee, einen Raum zu schaffen, eine Röhre zu schaffen, wo kein Luftwiderstand ist. So, dass das nicht gebremst wird, das Shuttle. Und das kann man natürlich auch für Transportwege nutzen. Ja. Zwei Firmen sind noch im Wettstreit, und zwar Hyperloop. Ja, und noch ein anderes. Die Hamburger Hafengesellschaft arbeitet an einem futuristischen Transportsystem. Mit Schallgeschwindigkeit sollen Container in einer Art Rohrpost ins Hamburger Umland geschossen werden. Und so natürlich LKW-Verkehr deutlich verringern. Das hat zumindest das Hamburger Abendblatt geschrieben. Es gibt wohl Verhandlungen mit dem kalifornischen Unternehmen Hyperloop von L.Mask. Es seien bereits zwei Absichtserklärungen unterschrieben worden. Der Baubeginn könne bereits in zwei bis drei Jahren erfolgen. Das wurde mitgeteilt. Das System mit dem Namen Hyperloop ist auf dem Erfinder L.Mask. Ist ja auch US-Chef von Tesla und von SpaceX. Und es besteht aus einem Röhrensystem, in dem ein Vakuum erzeugt wird, wodurch es praktisch weder Luftwiderstand noch Reibung gibt. Die Transportkapseln können so Geschwindigkeiten von bis zu 1200 km pro Stunde erreichen. Ja, und in diesem Tempo könnten die Container in wenigen Sekunden das Hamburger Umland erreichen und dort zum Weitertransport auf LKW verladen werden. Bis zu 4100 Schiffscontainer pro Tag können durch den Vakuum-Tunnel transportiert werden und so den LKW-Verkehr deutlich verringern. Unter dem Namen Hyperloop sind mehrere voneinander unabhängige Firmen aktiv. Es gibt ja die Max-Version, aber es gibt auch die Version von Virgin, also von Richard Branson. Die arbeiten ebenfalls an einem ähnlichen System. Und es gibt den chinesischen Milliardär, der Überschallzüge bauen will. Und der hat Musk zum Beispiel auch zu einer Probefahrt eingeladen. Ja, also super spannend. Von Hamburg nach Frankfurt am Main würden Reisende also nur noch 30 Minuten brauchen. Ich hoffe, dir hat diese Folge auch wieder Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn du auch morgen wieder mit dabei bist. Wie immer, lass mir eine 5-Sterne-Bewertung da. Connecte dich mit mir auf Zing oder schreib mir eine E-Mail an tom.illauer.gmx.de Ich wünsche dir eine schöne Woche und einen schönen Tag. Bis morgen früh. Hau rein! Hau rein!